Was halten Sie als Politiker davon, dass Menschen in der Schweiz Medikamente nicht mehr zahlen können? Finden Sie das in der Ordnung? Nein? Was halten Sie davon, dass es Menschen in der Schweiz gibt, die sich Medikamente nicht leisten können? Was halten Sie davon, dass es in der Schweiz immer mehr Menschen gibt, die die Preise nicht mehr zahlen können? Schlimm, oder? Und was machen Sie dagegen? Herr Müller, was halten Sie davon, dass es in der Schweiz immer mehr Menschen gibt, die sich Medikamente nicht leisten können, weil die Pharmaindustrie Fantasiepreise macht? Haben Sie eine Haltung dazu? Was halten Sie als Politiker davon, dass es Menschen in der Schweiz gibt, die... Was halten Sie als Politiker davon, dass es immer mehr Menschen in der Schweiz gibt, die die Medikamente nicht zahlen können? Was halten Sie davon, dass es in der Schweiz immer mehr Menschen gibt, die die Medikamente nicht zahlen können? Was halten Sie davon, dass es immer mehr Menschen gibt, die die Medikamente nicht zahlen können in der Schweiz? Sie als Politiker, was halten Sie davon, dass es in der Schweiz immer noch mehr Menschen gibt, die sich Medikamente nicht leisten können? Haben Sie eine Haltung dazu? G ходen Sie da zu? Bis zum nächsten Mal.